Ein Schiff wird fahren, von Papenburg nach Imzhafen. Ja, es ist mal wieder soweit. Heute, am 18.09.2016, soll der Luxusliner Genting-Dream von Papenburg, von der Meierwerft nach Imzhafen überführt werden. Ja, die Schlepper sind schon gut auf dem Weg. Dann wird es wohl jetzt auch gleich losgehen. Die Schlepper werden vom Bremsen, von der Mauer. Das ist ja schon sehr, sehr gut. Die Schlepper werden auf den Kurs, von der Kurs, von der Kurs. Die Schlepper werden auch schon gut auf den Kurs. Die Schlepper werden auch schon gut auf den Kurs. Und wie immer, hunderte schaulustige Menschen. Und hier tut sich auch schon was mit den Tauern. Der Countdown läuft. Es ist 13.15 Uhr. Der Luxusliner hat abgelehnt. Guck mal, der Punkt war. Ja, und jetzt ist es soweit. Heute, am 18.09.2016, wird der Luxusliner Genting Dream überführt. . . Schöne Vorsicht, Kinder, was macht ihr? Da wächst mein Bauch! Aber das steht so in der Hecht. Bei der Kiste, die anderen Geräte waren. Der Kiste hat immer wieder gemacht. Die Kiste hat immer wieder leicht. Die Kiste hat immer wieder einmal어를 geniale. Die Kiste hat immer wieder gedreht. Die Kiste hat immer wieder gedreht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020